Hallo, willkommen zurück zu Larva-Lichter-Lecker. Ich hab schon mal was vorbereitet. Ich hab so'n komischen Bruger in einen Vollmantel-Geschosse umgepackt. Der sieht gerade aus wie ne Glühbirne. Ich benutze jetzt einfach mal meinen Spadel und hau ihm mal ein bisschen was zwischen die Ohren. Dann braucht er dafür, dass er ein bisschen sachtig wird. Geh weg, Maddie, geh weg. Mir geht voll das Licht auf hier. Ich tanze noch ein bisschen für dich. Lecker, lecker. Das einzige Problem, was wir heute noch haben, ist, dass wir keine Pfanne haben. Das heißt, wir müssen den Ofen leiten. Den Ofen haben wir auch nicht. Deswegen spielen wir ne Runde LittleBigPlanet 2. Hallo, ich nutze mal ein bisschen in die Kamera. Hallo. So hast du nicht mehr alle. Oh, das ist vielleicht auch das Gute daran. Meine Sache ist, ich hab gerade meine Augen nicht mehr. Wenn ich diesen Schnurrbart trage, hab ich keinen Bock mehr. Dann guck mal, ich hab' nur meine Augen. Jetzt siehst du, wie das ist bei Vollbartträgern. Wenn die lachen, dann sieht man nur noch Bart. So, ich würd sagen, wir machen mal das traurige Lied von Clive Handforth. Den darf ich sprechen übrigens. So. Beschlossen und es wird so gemacht. Ich würd's gerade sagen. Beschlossen und verkündet. Ich bin still. Gerne. Du darfst aber den komischen Da Vinci widersprechen, wenn du magst. Ja, natürlich. Wenn er da ist, gern. Die Ladezeiten sind echt furchtbar hier, ne? Tja. Das Problem für deine Zuschauer und meine ist es wieder, dass du die ganze Zeit nur irgendeinen komischen Mützenträger siehst, der in die Kamera grinst. Aber weißt du was, ich glaub' ich zieh mal Hippie gleich wieder an, der gefällt mir besser. New life. Ein neues Leben. Kasachstan, ich bin ein kleiner Mann. Ich bin ganz arm dran. Und Oscar. Und ich dachte, ich wäre am Ende, als ich von den gesättigten Fettsäuren herrn wurde. Ähm. Äh. Hallo. Und jetzt hab ich keine Fabrik und keine Heimat mehr. Hallo. Wenn mich doch endlich jemand aus diesem tiefen Tal des Trübsals erlösen würde. Oh, hallo. Ich bin Clive. Clive Handfall. Willkommen in der Fabrik für ein besseres Morgen. Wenn es das gibt. Sieh mal an, Clive. Was ist das Problem mit den Setpots? Ach ja. Du willst deine Armee aufbauen, stimmt's? Entschuldigt. Ich schwelge in Erinnerungen. Es gab eine Zeit, da drückten wir die präzisesten Kalender im ganzen Land. Druckten Kalender und bauten große Raumschiffe. Das Leben war leicht. Uns ging's nicht schlecht. Ja, es hätte besser sein können, schätze ich. Wir kamen klar. Aber dann kam das Negativ in Rund. Ich wurde vernichtet und ausrangiert. Ja, ja, Clive. Aber die Armee. Die Sackbots sind alle Sklaven im Inneren der Fabrik. Ihr müsst hineinkommen und sie befreien. Ist ja voll dramatisch, du. Ja, er erinnert mich hier per Anhalter durch die Galaxis, kennst du? Marvin, der Roboter. Marvin, Marvin, definitiv Marvin. Das Negativ in Rund ist furchtbar. Diese Sackbots wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Hier sind sie nicht zu retten. Finde einen Weg in die Fabrik und ich sehe, was ich tun kann. Weißt du was, Bruder? Ich überlege die ganze Zeit. Boah. Was wird es hier wohl für Waffen geben? Oh, wahrscheinlich irgendwas ganz trauriges. Mhm. Der Negativstrahler. Boah, Medi! Medi! Boah, was hier los ist? Boah, warte mal. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ich zieh mal meinen Hippie. Boah, wie gut. Jetzt bin ich die Astrid. Soll ich mir mal diesen Fall da folgen? Oh, willst du mal das andere Kostüm anziehen? Das ist super. Na, nein, Medi, warte auf mich. Ich bin tot, ich bin in deine Kostüge gefallen. Du hast ein Scheiß. Okay, warte mal, ich mach das Kostüm an. Ich mach es. Ich möchte aber vorher, darf ich noch schlafen? So, zack. Sie sieht so ultrapischig aus. Ja, der ist Welt. Sie sieht aus wie dein Kopf einen Kuchen auf einem Tablett. Ich fühle mich wie einer bei Looney Tunes. ich habe ein sticker gefunden hier drin ist da noch was nicht mehr bekloppt ja immer bekloppt noch nicht weiter ob es doch bestimmt auch noch was oder ist was ich glaube es kommt das war uns spielen hier jetzt halte ich mich an dir fest das wollte ich gar nicht ja irgendwie habe ich gemerkt dass da irgendwas nicht mehr funktioniert ich habe schräg Lager Brugger Kurohau die Musik ist gerade so episch nein nicht loslassen wir die die Karte wie komm ich darauf jetzt warte 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 da ist eine Kugel die Musik Kurohau alle recht noch das ist so schön oder so noch ein paar ich habe das jetzt so ich will nicht sterben Brugger wirst du nicht wir sind aus Sackleinen wir können nicht sterben nein ich bin nicht an dir fest das soll der Mist nicht das ist total das ist ein bisschen was da oben ja genau so genau so das ist ein Aufford an sie mich gar nicht mehr lieb ich habe ihn so das sind auch von einem Kursspiel und so die die Gäste 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 und das ist das lustige wir spielen und jetzt bin ich tot sie mit dem Zelligkeitschirm das ist die Zürcher wir können nur korrekt ist die Mitglieder sie sind in so einem Muschel fahren das war das Leben die Ehe nein 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 zieh mich nicht darunter Ich kürze die Ration. Oh nein. Oh, da muss man rein, oder? Bist du tot? Äh, nein. Achso. Ich rufe mich nur aus. Was ist hier los? Was? Wo bin ich? Ich bin verschwunden. Aber sowas ist geil. Stell dir das mal mit vier Leuten vor. Das wäre eine reizte Gaudi. Das ist eine mega Gaudi. Bist du denn? Achso, da bist du ja. Warte mal. Erstmal Donkey Kong-Regel, Donkey Kong-Regel. Hier ist ein Schalter. Buga, Donkey Kong-Regel. Ich gehe doch nach links. Du hast es geschafft. Die meisten hauen einfach ab. Hier, komm. Nein. Melli, komm zurück. Da nehmt es noch weiter. Da ist ein Aufzug, wo du gerade bist. Ich dachte, hier gibt es irgendwelche Extras. Komm, 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 Astrid. Donkey Kong-Regel. Die rosane Power-Fee. Die Glücksfee. Hey, was haben wir hier? Pech-Scheiß-Fee. Ich gehe nicht Pech-Scheiß. Das ist die Glücksfee. Die rosane Glücksfee mit Antennen. Das ist so gut einfach. Oh. Hallo. Guten Tag. Schnell, guck mal. Hihihi. Ja. Ja, 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 ja. Hey. Was? Oh. Ich habe diese Fabrik von unten nach oben aufgebaut. Die beste Art, eine Fabrik zu bauen, finde ich. Aber jetzt wird sie von diesem betrügerischen Negativitron ruiniert. Ja? Willst du uns noch was sagen? Oh. Entschuldige. Wieso wirst du mich, Mensch? Na so. Meine potentierten, behaglichen Handforth-Gehege werden als Sack-Bot-Gefängnisse verwendet. Bevor so viele Sack-Bots wie möglich und geleite sie in Sicherheit. Sie haben Angst. Okay. Hey, hey, hey. Was machen wir gerne? Oh, komm mal da oben. Wie kann man was machen? Ich will das haben. Ja, komm. Ach so. Da sind wir das Sprungplatzraum. Hui. Hui. Bruga, das hat Spaß gemacht. Ich schreibe davon in mein Poesie-Album. Ja, komm, ich schmeiß nicht noch ein bisschen. Hui. Was ich heute gemacht habe. Ich habe mich von Bruga werfen lassen. Heute ist ein guter Tag. Oh, Mann. Geht ihr hin, da ich sage, kommt. Das finde ich so bescheuert. Wenn du wegläufst, dann sehe ich nur noch dich. Komm her, du Junge. Komm her, komm her, komm her. Nein, 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 nein. Ach so, spring noch gegen mich. Ein Gehen bekommen, nein. Alle. Ach, noch ein. Komm, schmalst du mich. Danke, dass du mich verwendest. Ja, klar, gerne doch. Platsch. Ich bin die Astrid. Oh, nein. Hast du mich gerade geschmissen? Nee. Was? Warum bin ich da so komisch geflogen? Du hast mich da irgendwie geworfen. Oder hat mich so ein blöder Seckport hier geschmissen. Alter. Das ist gefährlich. Drück auf den Knipp. Oh, no, no. Mo. Okay, du bist nicht gestorben. Ich lebe noch. Hä? Aber wir haben so befreit, immerhin. Dann nehmen wir jetzt weiter. Wee. Der Level verwirrt mich zunehmend. Ja, ich fühle mich hier so ein bisschen wie in Las Vegas, nur ohne Blackjack. Ich bin noch da. Ich bin tot. Machen Futsch, Maddy. Von unten dran springen oder so. Ach, ich bin unten. Also komm. Ich komme. Da bin ich. Ich weiß nicht, wie ich ihn umgebracht habe, aber ich habe es irgendwie geschafft. Oh. Entschuldige. Oh, ja. Das war keine Absicht. Ich habe immer noch so gefühlt, ich habe den Kreiswagen. Wir müssen mich einfach auf den drauf. Ja, moin. Ja. Ich habe ins Feuer mit dem Maddy. Das ist ja schon wieder. Das tut mir leid. Wollte ich nicht. Boah. Wollte ich nicht. Das tut mir so leid. Oh, was ist das? Die Musik. Hör mal die Musik. Ich springe einfach. Das ist so wie Katzen, wenn die sich so amtsstreiten, wenn man eigentlich schlafen möchte. Oh, extrem, ja. Oh, Brügelche. Komm, ja. Ich will nicht noch. Ich will nicht die Ebene vor. Mach ich mal darüber genau. Oh, der Jugend. Nein. Ah, verdammt. Warte. Ich nenne nie mal. Oh, ja. Ich schmeiß dich. Komm runter. Komm runter. Ach, runter? Ja, okay. Gerne. Sösser? Ja. Hey. Ich will nicht in die... Nein. Was ist hier los? Hey. Hey, das habe ich jetzt nicht verstanden. Da musst du mir nochmal erklären. Hier. Ich habe mich da aber festhalten dran. Komm mal her, Mann. Komm mal her. Ich will... Da passiert doch irgendwas. Komm, 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 komm. Komm mal her. Du vergisst die Donkey Kong-Regel. Komm mal her. Was willst du machen? Du willst mich vielleicht irgendwo hinschmeißen. Ja. Ah. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist, aber komm mal her. Komm, komm, komm. Da ist doch noch was. Nein, nein. Hier ist Bonus. Hier ist Bo. Komm bitte zu mir, Brugger. Hier ist super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Der macht nur Blödsinn hier. Ja, der macht nur Blödsinn hier. Mit deiner Bonbon-Kladder auf dem Kopf, da machst du nur Unsinn hier. Oh, hier. Was macht ihr denn da? Neee. Ich will das auch machen. Ich will Leim essen. Ich glaube, ich muss nicht da... Leim. Oh, lecker. Leim essen. Wie unser Freund. Idiotenalarm. So, wie. Oh, vorbeugern. Ich hab da gerade auf irgendwas draufgedrückt. Ja, muss du, muss du hier. Spring mal hoch. Knöck, 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 knöck. Oh, ne, ne. Wollt mich Auer machen. Neu Sticker. Okay. Die Musik ist ja voll verkehrt. Ich bin echt nicht bei der Sache. Nee. Die Musik ist ja voll seltsam, oder? Voll schulost. Warum schieb ich das Seil eigentlich? Ich wollte drauf springen. Ah, das ist ein Traum. Ambo lieb. Moin. What? What? Pro ist ein Ort. Wo da oben, kippen was? Was macht denn? Warte mal. Geh, ich spring mal. Wir machen jetzt, wir gehen jetzt schaffeln. Schau wohl. Neu. Oh, Brügel. Hey. Haha. Kann so das irgendwie hier runterkriegen, weil da um ist noch ein Teil, ne? Siehst du? Na, doch geht. Ah, guck mal. ja das meint ja 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 das müssen wir auch mitnehmen, warte das schwer, die arme Astrid, die schafft er doch nicht aber so ich wollte ein bisschen schicki machen ich lass meinen teuren Montan auf der Arbeit heißt auch Astrid jetzt hab ich Kopfkino ohne Ende nein oh ein Hebel, zieh mal einfach der den Hebel nicht zieht, schläft tief und fest hast ha ich hab jetzt mit den Knüller zu hier ha was soll das gehen weg geht doch nicht nein weh, mach ich nicht warte so bist du eingesperrt Moin ich kenne zum Klass komm hier raus wie soll das gehen jetzt warte mal ich weiß die mal rein die viecher kommen ja nicht weg das nebel das nebel das nebel das nebel schmeißt jetzt weg die kleinen ja ja die wollen nicht jetzt aber ach sie mal gewissen die wollen nicht geschmissen werden was hat ihr nicht vervögeln schmeißen macht doch Spaß ich will das nicht ich hab Angst ich will von der komischen Astrid gefangen werden wenn wir jetzt wenigstens zu zweit wären dann könnten wir die einkreisen die Schweine aber ich kenne da jemanden der hört auf den Namen Brugger der hat mich hier reingeschissen ja das war keine Absicht war das Level das ist doch schön da kann man uns wieder fetzen warte 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 ich möchte jetzt noch mal sagen wie geil der Typ da im Hintergrund ist kratzt er sich oder kriegt er gerade gegen die Schläfe geboxt in beides vom 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 morgens mal kratzen juckt zwei Comrades Moin Ohja irgendwas ist da oben du bist schon wieder zu schnell oh yes ich hab's ich finde das so doof dass ich mich dann irgendwann nicht mehr sehe ach du Sonnen warte ich jetzt oder wollen wir noch mal gucken ne ich muss dich sowieso werfen ah warte warte äh nein falsche Richtung schmeiß mich komm her schmeiß mich ready schmeiß mich jawohl jaa jaa gut gemacht nur das Ding ich bin Legolas du bist eben lebt ich hätte so was gern als Kopf für die Stabbar und geht das nicht kann es nicht mitunternehmen das Teil ich hätte gern so ein Kopf in der Form von einem Atom das finde ich super ich finde das was ich dachte ich sehe ich bin das noch ziemlich ziemlich ideelisch hier das ist auch sehr seltsam von der Musik oder jaa 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 warte mal äh 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 was passiert jetzt hier Uga die Roboter sind böse jaa du wolltest uns retten wir hatten solche Angst ja der Herzchen vielen Dank helft ihr uns den Rest von uns zu finden bitte ich kann nicht mal trinken hier ja jetzt mach ich hier auf dann geben wir uns im letzten Level ne das war schon müde Augen oh ich hab wirklich müde Augen ja ich auch immer und jaa 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 waaaaa waaaaa so da wir nur noch ein bisschen Zeit haben würde ich sagen wollen wir mal kurz die VS Map gucken wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen geplänkelt nur sein aber jaa gerne 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 moooon machen wir mal nein nicht den nächsten Level nein weg äh das ist traurig ne das hatten wir schon das hier ist das Basketball ok kann ich gar nichts aber ist ok ich bin mehr so äh weiß nicht was Nightmare Cookie nein nein tut mir leid laut einzudachtря나 nein leute tut mir leid ihr könnt nicht mit spielen wir wollen das ist ein Versuchsspiel also wirft ein paar Karbe mal sehen wer mehr Punkte erzielt nicht ich natürlich Möde das ist auch kommentiert das ist meiner hier oh hohe weg im weg nein, geh weg du machst das falsch geh weg bist du auch ne Wurst, es gibt nur einen Korb hier, guck mal der ist da Moin das ist meiner komm das abwechselnd wow das abwechselnd ist komm mal nie dazu ah guck mal ich hab grad Kopf geschmissen wegen dir das ist meiner nein, meiner nein komm, geh rein geh rein geh rein, geh rein oh man das ist auch meiner du bist gemein du bist voll gemein du cheatest warum kann man sich gegenseitig aufheben ich bin so bescheuert Jaa, und da ist da drin, da ist da drin, da ist die Menge tot nein, nein, das ist da nicht ich weiß nicht das gibt nicht von unten nein, nicht schmeißen geh mehr geh mehr weg mir hier weg komm her ja Kaya was ist eigentlich nicht die Astrid Schmalt da rein schmeißen das war doch nicht das war doch mal nur ein alle Leute das ist doch der Bescheid voll das gesehen leute Prozent er ist so sehr gewissen bei der Städte der Städte auch gewalt doch 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 ich muss auch mal mehr die Geweck oder der Bescheid der Wier Prozent 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 die Scheiße Dornel Na die Zeit ist gleich um der Wolltag am Ende die Vorlage um ist um ist um ist ja Leute wir sind ein Prozent Prozent da wir sind keine Gegeneinander Menschen ein zusammen sehr viel lustiger für dich da das gewonnen die Verwürdigung weil ich die Spiegel angegeben hat die 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 an Metty Brian Michael Air, Matt Baron. Na gut, Leute. Wenn es euch gefallen hat, haut doch die Bewertung raus. Einen netten Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns wieder nächstes Mal. Wenn es wieder heißt. Wir lachen. Das ist wirklich geil. Ich gucke mir gerade deine Astrid an und bin die einfach nur noch am feiern. LittleBigPlanet 2, Leute. Ciao.